Fritz-Grässer AG ist ein Traditialsunternehmen, ist etwa in 1930 gegründet worden und verbirgt sie für Qualität und Kontinuität im Baugewerbe. Wir haben zwei Bereiche, in denen wir Dienstleistungen anbieten. Die Fritz-Grässer AG hat eine Gebäudehülle-Sparte und eine Gebäudetechnik-Sparte. In der Gebäudehülle-Sparte sind Spenger, Flachdach und Fassade untergebracht. In der Gebäudetechnik sind Heizung, Sanitär und Lüftung untergebracht. Man kann eine grosse Vielfalt von Werken anbieten aus einer Hand. Wenn ein Kunde zu uns kommt, kann er sagen, sanieren wir das Gebäude in Zukunft. Das Zukunftsgebäude muss über die Haustechnik, über die Gebäudehülle saniert werden. Das Zukunftsgebäude Das Zukunftsgebäude Das Zukunftsgebäude Das Zukunftsgebäude